Was muss jetzt spielen? Geht mal. Er ist komplett los. Er ist komplett los. Er ist komplett los. Er ist komplett los. Okay, Achtung, Dome, steck aus. Okay, 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 Dome, steck aus. so schauen wir mal wie viel drin sind ja 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 Danke, Schatze. Ouch. Okay. Okay. Ich bin aber immer bei dir. Immer auf deiner... Ja, ja, das weiß ich, aber immer auf deiner Seite, was du immer drin sitzt. Das ist lustig, gell? Naja, wenn jetzt, dann kriegen wir ein bisschen Luft. Ist uns nicht so hart da drin. Oder, Tom? Genau, du sagst es. Genau, du hupst es. Ich muss schon mal aufhören, ich kann auch aufhören. Einmal hupen, ja, zweimal hupen, nein. Wenn du möchtest, kannst du uns mal in Wien besuchen, wenn du willst, wenn du das Geld hast. Hoppala. Einmal hupen, ja, zweimal hupen, nein. Okay. Das ist ja nix, oder? Da gibt es den Domo, die, die kommen. Naja, wahrscheinlich werden die Kinder auch mitkommen, ne? Passen wir ja nicht, ne? Und ja, und wir haben außerdem, die sind so verspielt, also so lieb, der Domi zum Beispiel, der schmust gerne mit den Leuten. Der schmust, der Domi, der Domi, ja. Ja, also, die Kinder von dir, die werden sicher ein Domi mögen. Ja. Machen wir uns halt einmal irgendwann einmal was aus, wenn du mal Lust hast, ne? Schau, wie geil der Schatz schaut bei mir. Ah, das kenn ich. Dann, wir brauchen eigentlich nur hin, reinfahren und einfach schießen, bis alle tot sind. Gut. So ein Ding machst du auch so. Piep. 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 Sixt, der da guckt. Sixt. Ja, ha, ha, ha. Good, Achtung. Hey. Where are you from, mister? Hey, Achtung. Time to get up. Das war's für heute. Bate Tom, lebst den? Get's him. 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 Get's him.